Oh, oh, jetzt kommt der Spatz zu den Wikingern. Ja, jetzt ist die Stunde der Deutschritter. Wo sind die Deutschritter? Deutschritter bewegen sich nicht. Schau mal, wo die sind, Daniel. Hau sie jetzt über die Mauer! Hau sie jetzt über die Mauer! Hau sie jetzt über die Mauer! Das wär so geil! Aber sie fahren da rum! Lass die Deutschritter raus, sonst sterben die! Ne, ne, die kommen raus. Na, die kommen. Aber er macht halt nix. Er geht über die Mauer, die Leute. Ja, leider. Fahr nur rum! Fahr nur rum! Ach, das haben wir schon! Sinnloses rumfahren ist laut Gesetz verboten! Richtig! Ach, da ist er gar Party! Ist doch geil!